Wünsche Mainstream vermeiden Sorgwirkungen aus dem Weg gehen Besonderheiten erkennen Kontur gewinnen Stellt euch vor, Leute Lieblingsbeschäftigung Shoppen gehen Das Wort muss man sich auf der Zunge zergehen lassen Shoppen gehen Meine Oma nannte es Einkaufen Egal, es war meistens mit Unannehmlichkeiten verbunden Der Zeitpunkt war nie der richtige Und mitten aus dem Spiel heraus Geh doch mal einkaufen Heute wird nicht mehr gespielt Als Stressige zum Vergnügen Oder zur Lieblingsbeschäftigung erklärt Vielleicht ist Shoppen gehen ein neues Spiel Neues Spiel Neues Glück Tja, Leute Das war's eigentlich Was ich euch wünschen wollte Glück Gesundheit Und neue Spiele Shoppen gehen Erkläre ich zum Unwort des Jahres Ich bin ein neues Spiel Ich bin ein neues Spiel Ich bin ein neues Spiel Aber das ist ein neues Spiel Vielen Dank.